Kabel im Kopf. Es sind Bündel von Nervenfasern. Sie verbinden verschiedene Areale in unserem Gehirn miteinander. Doch welche Areale sind es? Und welche Aufgaben haben sie? Diese Forschungsfragen untersuchen Wissenschaftler in einem breit angelegten Projekt am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mit Kindern führen sie Studien zum Spracherwerb durch. Sie wollen herausfinden, welche Gehirnareale und welche Faserverbindungen aktiv sind, wenn Kinder Sprache hören und verstehen. Die kleine Felicie ist sechs Jahre alt und nimmt zum ersten Mal an dieser Studie teil. Michaels Keide, der Versuchsleiter, setzt ihr eine Brille auf, mit der sie verschiedene Tierzeichnungen sehen wird. Und dazu kriegst du auch noch Kopfhörer aufgesetzt. Sie wird Sätze hören, die sie den jeweiligen Zeichnungen zuordnen soll. Okay, und jetzt darfst du dich hinlegen. Die Versuche finden in einem Magnetresonanz-Tomografen statt, kurz MRT. Damit stellen die Forscher Schnittbilder von Felicis Gehirn her, die zu einer 3D-Ansicht zusammengesetzt werden. Das Mädchen hört Sätze mit einfachem Satzbau. Wo ist der kleine Igel, der den großen Bären fängt? Solche Sätze kann sie mühelos verstehen. Ändert sich die Satzstellung, ist Felicie irritiert. Der Satz hat für sie nun anscheinend eine falsche Reihenfolge. Wo ist der große Bär, den der kleine Igel fängt? Die Irritation wird auch im Gehirn sichtbar. Mithilfe der Magnetoencephalographie lässt sich die neuronale Aktivität erfassen. Wo ist der kleine Igel, den der große Bär fängt? Die Daten zeigen, dass jetzt tatsächlich andere Areale im Gehirn aktiv werden. Zu den auditorischen Arealen kommen Gebiete, die für die Analyse komplexerer Satzstrukturen benötigt werden. Wie sind diese Areale miteinander verbunden? Eine Antwort auf die Frage könnte die diffusionsgewichtete MRT-Methode liefern. Dazu wird der schwarz-weiße 3D-Scan des Gehirns weiter bearbeitet. Die diffusionsgewichtete MRT macht sich zunutze, dass sich Wasser im menschlichen Gewebe bewegen kann. Sie misst unterschiedliche Wegstrecken, die die Wassermoleküle im Hirngewebe zurücklegen. Entlang der Nervenbahnen können sie einen längeren Weg zurücklegen als quer zu ihnen, weil sie dort nicht durch Zellmembranen im Gewebe an ihre Bewegung gehindert werden. In anatomischen MRT-Bildern wie diesem entstehen verschiedene Helligkeiten durch unterschiedliche Gewebearten. In Diffusionsbildern entstehen sie durch eine unterschiedlich starke Wasserdiffusion. Diese Wasserdiffusion wird in viele verschiedene Raumrichtungen gemessen, wobei sich eine Hauptbewegungsrichtung ergibt. Mithilfe eines mathematischen Algorithmus wird diese Beweglichkeit in eine geometrische Form übertragen, in diesem Fall in ein handelförmiges Objekt. Dies zeigt die Richtung der Wasserdiffusion und der lokalen Gewebeausrichtungen an. Durch eine Verbindung dieser lokalen Richtungen lässt sich der räumliche Verlauf der Nervenfasern im Gehirn rekonstruieren. Dies geht zwar nicht anatomisch exakt, aber die Forscher können erkennen, von wo nach wo im Gehirn die Informationen fließen können. Das Ergebnis ist ein ganzes Netzwerk von Faserverläufen, die in die Sprachverarbeitung involviert sind. Die Verbindungen sind farbcodiert. Fasern, die für die Semantik zuständige Areale verbinden, werden beispielsweise gelb und blau dargestellt. Fasern, die für die Grammatik zuständige Areale verbinden, sind rot dargestellt. Bei sechsjährigen Kindern, wie der kleinen Felicie, sind manche Faserverbindungen zwischen den Arealen noch schwach. Mit zunehmender Reifung des Gehirns werden sie stärker. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den Arealen im menschlichen Gehirn effektiver und die elektrischen Impulse können schneller von einer Nervenzelle zur anderen übertragen werden. Die Wissenschaftler wollen eine Art Atlas des Gehirns entstehen lassen. Ein großes Netzwerk, das alle Nervenverbindungen im Gehirn nachzeichnet, die an den verschiedenen Denkprozessen beteiligt sind. Am Ende soll ein Modell entstehen, das die ungeheure Komplexität der Nervenfaserverbindungen im Gehirn darstellen kann. Ein Meilenstein in der Erforschung des Gehirns. Das Konnektom. 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 Das Konnektom